Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch im Test das Red Star Bombenrohr von Diamond Feuerwerk. Ein 50mm Bombenrohr, was wirklich sehr gut ist. NEM hat das Ganze, das seht ihr hier, 45,3 Gramm. Ist wirklich ziemlich fett. Ab 2017 gibt es sie ja nicht mehr, leider wegen der neuen Bombennummer, weil dann die alte nicht mehr gültig ist. Und ich würde sagen, dann viel Spaß bei der Zündung. Boah, der Knall war echt extrem gut. Also die sind wirklich extrem geil, die Dinge. Das war das Red Star Bombenrohr von Diamond. Wirklich ein extrem geiles Teil. Der Zelliger war wirklich extrem groß, hat eine sehr schöne Farbe gehabt, wie ich fand. Also wirklich ein sehr schöner Effekt. Schade, dass wir in Zukunft ohne die Star Bombenrohr von Diamond auskommen müssen, da deren Zulassung ja abläuft. Aber ja, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Oder ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.